Was ist der Gartenkönig? Wir machen einen Markt im Park. Jeden Freitag, jeden Samstag von 10 bis 17 Uhr. Voraussichtlich bis Ende Juni. Jedes Wochenende finden Sie hier auf dem Gelände der Burg Ordruf tolle Waren, die Sie auf jeden Wochenmarkt bekommen. Aber darüber hinaus natürlich auch eine ganze Reihe von speziellen Dingen, die Sie von den Gartenmessen vielleicht kennen. Der Eintritt ist frei. Sie können mit Ihrem Fahrzeug bis aufs Marktgelände fahren. Also alles ist für Sie vorbereitet. Und wir würden uns freuen, wenn wir Sie in den nächsten Wochen hier begrüßen dürften. Und natürlich auch die vielen Händler und Aussteller, die auf Sie warten und die auch wöchentlich wechseln werden. Wir haben viele Spezialisten. Schauen Sie bei uns rein. Sie sind herzlich willkommen. Und wir brauchen Euch. Ciao. Schauen Sie bei uns.